Boom friends was geht und so habe ich ja gesagt, dass ich entweder am Donnerstag, Freitag oder Sonntag mein 120 Abospecial hochgelade und heute ist Sonntag wie ihr mitbekommen habt und heute kommt das 120 Abospecial es wird nicht so extrem, aber für mich ist es ein Teil meiner Heimat her, weil das Video frage ich mit ganzem Herzen aber das Video muss ich echt schon freuen, das frage ich mit ganzem Herzen, also von dem her hoffe, dass euch das Video gefällt wenn es euch gefällt und ihr mehr solche Videos sehen wollt, lasst mir ein Abo da, Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt wenn ihr noch, wenn ihr dieses Video erfährt und würde mich freuen, wenn ihr ein paar frische Kommentare da lasst und viel Spaß mit dem Video, Ciao Bis zum nächsten Mal! Freunde, das war die Compilation, was ich gemacht habe und zwar habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal eine Compilation von meiner Heimat und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, weil ich zeige euch jetzt nochmal, da kann ich fröhlich sein, weil da ist, das ist meine Heimat und auf die kann ich dir froh sein, dass ich hauptsache eine schöne Heimat habe, weil Kärnten ist einfach für mich selber jetzt ein Hommagell weil da ist grün, da wo ich wohne, ich kann mal hinschaust, grün und das ist das Schönste davon, weil auf dem Land zu nehmen ist echt das Schönste, was es auf der Welt gibt und ich gebe euch einfach mal die Aussicht runter und du gehst noch ein bisschen Stahl runter, einfach eine schöne Aussicht, da rumsfressen liegt hier, das ist generell alles Schönste Ich habe gesagt, ich hoffe, es hat euch die Compilation gefallen, ich muss jetzt langsam aufhören, weil der Wien fängt jetzt langsam an und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, abonnet den Channel, wenn ihr es noch nicht getan habt und abonnet die Glocke nicht schon getan habt und wenn du da nicht auf dem Kanal bist, bitte mich dann, wenn ihr ein Abo da lasst und schreibt mir ein paar frische Kommentare, wie euch das Video gefallen hat das war jetzt meine 120 Abo Special, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis dann und haut raus! Bevor ich es vergesse, checkt die Beschreibung ab, da habe ich alle meine Social Media Plattformen, das heißt jetzt Facebook, Instagram und Twitter, Facebook, Instagram und Snapchat, Twitter habe ich keins, hineingeschrieben, checkt mal aus, würde mich freuen, wenn wir uns auch da sehen und bis dann und haut raus!